Ist da ein Loch drin? Der ist da. Was ist da oben drauf? Wie soll das gehen? Vor allem, wie soll ich da hinkommen? Gibt's hier eine Geheimtür in den Felsen? Kann ja sein. Hm, hier wär's niedrig, aber nicht niedrig genug. Oh nein. Äh, ja. Okay. Das wundert mich jetzt. Okay, ich lass den mal hier. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht muss ich hier irgendwie zum Paragleiter, der da hinten irgendwo rumsteht. Da hin. Gleiten. Keine Ahnung. Vielleicht komm ich nochmal drauf. Jetzt war ich erstmal zu den Felsen-Zonen da. Wo wir vorhin schon hinwollten. Okay, hier sind wir leicht ungeschützt. Wir zielen aber Treffer. Du stehst nicht mehr auf. Doch, du stehst auf, aber jetzt nicht mehr. Verdammt. Wie oft muss ich dich noch treffen? Zähl. Halle. Ich bin nicht mehr. Ah, ich werde hier. Und ich habe hier noch einen Schuss. Ja, ich werde hier noch einen Schuss. Oh, ich habe hier noch einen Schuss. Ich habe hier noch einen Schuss. Lade nach, deck mich! Bleib unten, da sieht er dich nicht! Schneller direkt vorbei. Auch keine Muni mehr. Nein. So, jetzt ist ein bisschen ungeklant hier alles. Ich kann auch hier alles rein, doch vielleicht hier. Ja, vielleicht braucht er dringend Muni zu. Ich bin schon unterwegs! Vorsicht und Messer sind doch da! Dringend. Ich hab gar nichts. Doch, mach HATE, aber... Die bringt mir jetzt wenig. Ich mach mal einen Quick Save. Danke, du gibst mir Munition. Ich hab mir viel drauf. Ich hab mir viel drauf. Ich hab mir die Fenty eingekreift. Gut, die hatten mir zu viel gebracht. Zwei Schuss für die Pistole. Nein. Nein. Du sollst mich harschen, die losladen! Sag, Mann! Fast hätt ich mir welchen. Immer fast. Hm, wenn wir unseren Freund holen. Ja, äh, wenn er uns tut, meine ich. Dann haben wir immer Munition. Und eine Überlebensschutz. Und einen Demid-Auskämpfer. Ja. Außerdem gibt's nur so schöne Filme. Das ist... Das ist eine Szene. Ja, ich flicke mich zusammen. Auf mindestens zwei. Ausrüstung! Ich geh ja nirgendwo. Das sind mehr als nur mindestens zwei. Was ist das? Oh. Ah. Da war was. Wie geht mein Junge? Interessant wie die durch das Dach hier durchschießen. Unfassbar, ich hab dir gesagt, die sind nutzlos. Ja, die letzte Blut hat. Das ist so. Der Kampf ist da! Nein, vielleicht für die Flanke. Sonst sind wir fertig. Ach, da war ja wohl schneller, unser Freund. Okay. Ich geh mal hier drüber. Denn... Hier ist ein Diamant. Da müssen wir irgendwo hier rein. Um den zu erwischen. Ansonsten kriegen wir den nicht. Da läuft noch einer. Dichtiger kann nicht. Ich treff ihn immer noch nicht. Ich treff ihn immer noch nicht. Und er ist weg. Hm. Da ist er ja. Da muss ich ja irgendwo rein. Aber wo? Hier vielleicht? Ja. Weil nur so kriegt man den. Dicht krieg ich doch, oder? Ja. Ja, der krieg ich. Noch irgendwas hier? Ähm, anscheinend nicht. Ja, dann fahren wir mal weiter, speichern wieder, und hier haben wir ein Laster, ich hoffe den kann man fahren. Ja, kann man. Aber wir müssen in die andere Richtung. Darüber, glaube ich, weiß man. Hm, ein Waffenladen. Ok, da fahr ich jetzt ein bisschen vorbei, aber wir wollen nicht wieder auf die Straße. Von dem her sind wir halt jetzt. Ja, das ist ein Waffenladen.